Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier auf TubeTown bei Minecraft mit der Niki-Joll. Hallihallo und auch ein herzliches Willkommen von mir und du musst ein klein bisschen leiser reden. Nö, mach ich nicht. Weil du mein TS aktivierst. Pech, du meinst auch, also Schnauze. Au! Ich hab wieder voll eine... Mein scheiß Stuhl ist elektrisiert, ich bin ganz dauernd eine geplatscht von der Schnauze. Ja, ja, will ich jetzt auch sagen. Ja. Auf jeden Fall... Guck mal, das Haus da vorne, ist voll schön. Krass. Und die haben hier die Dings hier, den Marktplatz weiter gemacht. Genau, der hat jetzt eine Überdachung. Ich geh jetzt mal hier den Marktplatz anschauen. Ja. Hier regnet's nicht, wenn man hier rausgeht. Oh, schön. Voll hübsch. Ja, und hier soll hier irgendwann eine Villager... Aber einer steht hier schon mal Villager sein zum Handeln. Einer steht schon da. Der was spitz. Hallo zusammen. Ja. Voll toll. Okay. Ich bin... Aber mich interessiert, wie die Flammendinger da oben gemacht haben. Ja, das war auch noch interessant. Wir haben da oben gerade... Ihr seht, da ist gerade ein Abman Fliegen. Der wäre eigentlich sehr interessant. Was ihr bei mir auch sehen könnt, ich habe diesmal keine Facecam an, weil einfach... Ja, es ist doch schon dezent spät und ich bin nicht gerichtet und ich hatte keinen Bock mehr zu richten. Und ja, wir haben jetzt ewig gebraucht, dass wir das überhaupt einigermaßen hinbekommen hatten. Ohne... Ohne... Wirklich... Ähm... Ja. Au. Ich mach ihn kalt. Dankeschön, mein Held. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Held. Und... Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein schöner Teufel. Was ist das hier an? Das ist auch neu, das Haus. Ja? Einer von den neuen Spielern, ja. Ohne schon mal hier. Versuche es kurz. Der, der unsere Q spendiert hat. Robin. Der, der unsere Q spendiert hat. Der, der unsere Q spendiert hat. Ah, okay. Ja. Ah... Genau. Aber wir haben uns ja für was eigentlich anderes hier getroffen. Wir lenken nur ein bisschen immer ab. Ihr seht ja schon unsere komische Laufweise. Okay, wir stellen uns jetzt... Wo bist du? Ich bin hier neben dir. Okay. Wir stellen uns jetzt hier hin. So, siehst du da? Okay. Und dann... Bla, 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 bla. Oh, hinter uns ist etwas. Okay, ähm, ja. Und... 3, 2, 1... BAM! Tada! Tada! Also es ist noch nicht ganz fertig. Der Unter ist aber eigentlich so gut wie komplett fertig. Und... Ich kann ja mal hingehen. Die ganzen Schafe, die wir hier gezüchtet haben, extra für das Haus. Ja, brutal. Also das kommt alles dann nach unten. Weil... Ja... Ähm... Hier geht's rein, ne? Genau. Dann müssen wir auch noch was machen. Also da... Die Gänge dorthin sind eigentlich wirklich zum Kotzen. Bei mir rufelt das gerade nicht sehr. Meine Frames reißen wir gerade voll ein. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Die kriegen gerade Besuch. Ich komm da? Wer kommt da? So sieht das quasi das ganze Ding von der anderen Seite aus. Außer halt die Erdetreppe, die da hoch geht. Da müssen wir nämlich oben noch Gras züchten. Also dass da oben Gras hin kommt. Genau. Aufs Dach. Also das, was ihr jetzt hier seht, ist der Haupteingang. Also das ist die Frontseite von dem Haus, was ihr hinten gesehen habt. Das ist die Rückseite. Da kommt dann so ein kleiner Hintergarten halt hin. Einfach so ein kleines Grundstück. Wo dann halt ein kleines Grundstück in Anführungszeichen. Wo dann halt ein kleiner... So ein Teich ist so ein... Wie nennt man das? So ein... Teich. Bach, Fluss, Meer, See, was willst du machen? So das beruhigende Ding, wo da gibt es so ein... Pavilion. Tai Chi, Tai Chi Dings. Wie heißt denn das? So ein... Mit Chakra. Strebergarten. Ja, wie auch immer. Und quasi hier, was ihr seht, links ist mit Sandstone eine Garage quasi, soll das darstellen. Und rechts dann das ganze Komplex. Vorne kommen ja noch die Wege dazu. Ich darf hier mal da dran vorbei, dass ihr das mal seht. Also es ist noch nicht ganz fattig. Wie gesagt, hier kommt noch ein bisschen Blattzeug hin. Da musst du auch aufpassen, du hast da unterschiedliches eingeblatt. Ja und? Ist jetzt nur... Die Vordeko. Die Vordeko. Der Feinschliff kommt ja noch. Also ihr seht dann hier so überdacht. Also es war auch wirklich, wir haben so viel Wolle gebraucht. Das war ja wirklich der Wahnsinn. Gehen wir mal ein Stück weg hoch. Guck mal, ich zeig dir jetzt bloß ganz kurz. Hier ist eigentlich die Garage. Also... Ähm... Ähm... Teilweise... Die Raumbelegung haben wir eigentlich schon. Wir haben hier eine kleine Mini-Vorlage. Und... Ja... Das ist jetzt hier. Ja, wir wissen aber noch nicht, wie wir was genau machen. Weil... Eigen... Äh... Zeug machen... Kommt eigentlich viel besser. Vor allem... Mit ganz vielen Terrassen. Mit geiler Aussicht. Wenn man meinen Scheller anguckt. Ja... Haha... Ich drehe mich mal ganz kurz um, ne? Ja doch. Aber bei mir schaut ohne Kanal gar nichts sehr schlecht aus. Also man könnte hier noch ein paar so Bräunchen... Und so ein Blüchen pflanzen und so. Also man könnte hier schon noch einiges draus machen. Vor allem hier, die Terrasse ist auch nicht schlecht. Weckt auf du... Ich seh hier. Ja. Wo bist du? Hier drüben. Ach so, gegenüber. Genau. Auch schön. Das ist auch wild. Und hinten raus noch. Noch mal ne Terrasse. Ja. 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 Oh, schön. Wir können noch einmal aufs Dach gehen, dann sieht man quasi alles noch. Und runter. Ja, ich mach's mir einfacher, glaub ich. Du brauchst dich wieder hoch. Dass du wieder alles abbauen musst. Nein, ich hab doch hier ne Leiter. Na, das stimmt. Egal. Ja. Ja. Ich hab mir da extra ne Leiter gebaut, damit ich hier hoch kann. Hier auch noch alles mit Glas versehen. So. Ach, da hinten ist auch so ein... Kann das auch so ein modernes Haus sein? Das ist Zyloth vorne. Ah, okay. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Ach, das steht schon ewig da. Okay. Zyloth-Zweller. Und so hoch ist unser Gebäude. Und man sieht jetzt auch den Marktplatz von oben. Ich glaub, wie wir jetzt erst einmal erschrocken sind, denn innerhalb von einer knappe Stunde stand das komplette Dach. Wird doch ne knappe Stunde durch das gewesen sein und dann war plötzlich das ganze Dach gemacht. Das war auch recht, ähm, ja. Ja. Also von hier seht ihr jetzt mal das Dach von hier oben. Oh ja, auch hier unten die Garage noch. Also hier seht ihr grad das auch hier unten, ähm, wo man da das Gras eben noch züchten muss. Denn man weiß ja, dass wenn man Erde pflanzt, ähm, oder Erde hinsetzt, dann, dass alleine kein Gras kommt. Sondern es muss erst von dem normalen Grasblock hochwachsen. Äh, hochwachsen. Und das dauert halt im Moment. Ja. Wir müssen jetzt nur noch quasi hier unten die Wege setzen, dass sie wieder übereinstimmen. Dann gibt's noch eine Hecke, die alles, alles abtrennt. Das ist dann auch noch. Drumherum. Ja. Das so? Unten bin ich wieder ganz unten. Quasi ungefähr wird hier, ungefähr hier, hier, hier so, wo der Weg, Kiesweg hier anfängt. Hier ist ungefähr dann die Hecke von hinten, äh, vor der Eingang. Also vorne, wo die Hauptsicht ist normalerweise. Okay. Kommt normalerweise hier noch eine Hecke hin. Schnappern hier. Vor allem das Schöne ist, ja, wir haben ja quasi echt ein hochliegerendes Haus. Eigentlich wäre es ja eben ehrlich gewesen, aber dann haben wir quasi hier unten noch so einen Durchgang, wo unter unserem Haus durchlaufen kann. Und da können wir dann auch noch was basteln. Mal schauen. Ja, da könnte man dann notfalls uns mit hier unten drunter, ähm, äh, verstecken. Ohne das muss er jetzt wirklich bis komplett nach unten, ähm, verstecken müssen. Ich hab da schon so ne Idee, was wir da machen könnten, aber da verraten wir jetzt mal nichts. Wir haben noch so viel Platz und hier haben wir ja auch noch eine kleine Fläche. Ja. Die kleine hier, wo wir grad draufstehen. Hätten wir auch noch zur Verfügung, weil hier wird sich eh keiner groß niederlassen, weil hier eh zu wenig Platz ist sonst. Und daher haben wir eigentlich nur ein bisschen Platz und haben ja auch noch zig Wolle, wo wir auch noch auskleiden können. Ja, genau. Also das sind zig Wolle. Das, was ich jetzt, was ihr jetzt hier seht bei mir im Inventat, sind jetzt hier vier, fünf, sechs Kapp. Ich hab auch noch dreieinhalb. Und, und, und der Kiste ist auch noch knapp drei Stück drinnen. Aber das ist im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier... Ach, wie geht das überhaupt nicht. Das, was wir hier verbraucht haben, wirklich nichts. Wirklich nichts. Was glaubst du, wie viele Stacks haben die hier verbraucht? Pfff, schon einige. 70? Ja. So. Allein der Sunstone, es sieht nicht nach viel aus, aber den zusammen zu craften, und wenn man den nur als Sand gefarmt hat, das dauert ewig. Ja. Aber wir hatten ja auch nette Hilfen, die uns ein bisschen was geschenkt haben. Gruselig. Mhm. Ja. Und das ist quasi der Grundriss. Die Inneneinrichtung kommt jetzt noch nach und nach. Bauen wir das quasi noch auf. Und die werden wir euch natürlich auch zeigen. Wir haben jetzt auch noch, also ich zumindest, die Inneneinrichtung schon mal anzufangen. Beziehungsweise würde ich vielleicht sogar sagen, wir fangen an, ähm, jetzt uns mal zu überlegen, wo wir die Tiere hinsetzen und dann hier erst... Uah! Jetzt hat sie alle Schafe getötet. Na, da bin ich jetzt erschrocken, also. Du kennst mich, wenn ich erschrecke. Ich habe gerade meine Maus weggebrochen. Die ist vom Stuhl gefallen, das wollte sie nur sagen. Ähm, ja. Was ich sagen wollte, die Tiere nur hinsetzen, damit man hier... Wie bist du ein Arsch? Hahaha. Das musste jetzt sein. Lass mir die Vorlage geben. Das Gras nach vorne setzen, dass wir hier unser Grasgrundstück eben haben. Ja. Und das endlich aufmachen. Was mir gerade noch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob man in der letzten Folge, ob man das sehen konnte. Wir hatten Pferde. Wir hatten ja extra ein Pferd zum, ähm, ja, züchten bekommen. Jetzt haben wir das gezüchtete Schafe, äh, Pferd ist noch da. Das Problem ist, dass wir aber unseren, äh, Hauptpferde mit kompletter Rüstung, mit Sattel, äh, verloren haben. Aus dem ganz einfachen Grund. Da die, äh... Jetzt haben wir ja den Platz hierher umbauen müssen. Wurde einfach das Gehege weggemacht. Aber keiner hat die Pferde mehr eingespannt. Die sind ja hier geblieben. Und als wir uns dann heute Morgen eingeloggt haben, waren dann die Pferde weg. Also, solltet ihr irgendwo auf dem Server Pferde sehen, sagt uns bitte Bescheid. Und auch mal das Ganze in der Pracht hier im Dunkeln, das Haus. Mit der Beleuchtung. Wird ja quasi die Beleuchtung noch anders gestaltet. Die sind ja nur... Was ist denn du wieder? Da steht nichts. Jetzt wollte ich die schon wieder abschießen. Das macht ja die ganze Zeit schon. Das letzte Mal hatte ich keine Rüstung an und da gibt's mir voll den Headshot. Von was ist ich wo? Und ich hatte wirklich nur so ein halbes Herz. Mit einem Pfeil. Und das war wirklich eine weite Distanz. Okay. Gut. Ich denke, das passt so. Ich denke, das reicht jetzt. Ja. Und wenn euch das gefallen hat, dieses Gebäude und der Rest, was wir euch gezeigt haben, hier alles, dann lasst einen Daumen da und schreibt einen Kommentar, wie es euch gefällt, was wir vielleicht noch dahinter, darunter bauen können. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr gut was hinschreiben. Für den sind wir offen. Das sollte aber doch relativ modern sein. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, einfach bloß Licht weg, eine Mini-Hymor-Farm oder sonstiges. Sondern man sollte schon ein bisschen was mit Stil haben. Oder dass das einfach mit dem Ganzen zusammenpasst. Und nicht einfach bloß das moderne Haus, sprich nach Vorlage und der Rest einfach bloß zusammengewürfelt. Sondern dieses Mal sollte es echt zusammenpassen und so richtig so einen Wow-Effekt stehen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und unser Gebäude natürlich auch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir etwas Spannendes haben. Bis dahin gehen wir raus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.